Mein Bild vom Osten ist die Beschreibung einer Zeit, des Zusammenbruchs der DDR, des Mauerfalls, der Wende, der sogenannten Einer Deutschlands. Ich empfand die Zeit als ungeheuer gewalttätig. Das waren die Baseballschlägerjahre. Eine ständige Gefahr von Faschos, wie sie damals hießen, von Neonazis, die auf alles Jagd machen, was für sie anders war oder galt. Es gab unzählige Übergriffe, Überfälle, eine ganze Reihe von brutalen Morden, wie in Thorsten Lambrecht, in Magdeburg, Antonio Amadeo, in Eberswalde, Heuerswerder, Rostock-Lichtenhagen, um nur zwei weitere Ereignisse zu nennen. Während dieser gesamten Zeit waren die Elterngeneration abwesend bzw. mit sich selbst beschäftigt oder mit dem, was wir jetzt als Strukturbruch bezeichnen, mit Abwicklung, Arbeitslosigkeit, Abwanderung, drohender Armut. Jetzt, 30 Jahre später, beginnen wir uns daran zu erinnern. Und ich finde, wir sollten uns dabei Mühe geben, denn so wie Heiner Müller schrieb, Zukunft ist Erinnerung nach vorn.